Hey Leute, was geht? CryptoGhost am Start und hat ein neues Video parat. Freunde, ich hatte euch versprochen, dass mehr Videos kommen und das versuchen wir natürlich umzusetzen. Bei diesem Video geht es um ein neues Projekt. Wie immer, ist ja nichts Neues. Heute ist die Rede von Globians. Während die meisten Banken noch kritisch gegenüber Kryptowährungen sind, will Globians hier eine Bank mit einer Crypto Exchange fusionieren. Hört sich interessant für dich an. Dann bleib dran, denn wir machen nach dem Intro weiter. Intro, gib ihm. Kompadres und Amigas, kommen wir zum Videoinhalt. Globians. Ganz kleine Info am Rande. Hier handelt es sich um ein Kooperationsvideo, nur damit es gesagt ist. Dann lasst uns mal starten. Was ist Globians? Für Anfänger, die sich in die Kryptowelt begeben, ist der Anfang nicht immer einfach. Es poppen so einige Fragen auf, die einem durch den Kopf gehen. Wie fange ich an? Wo melde ich mich an? Welche Exchange ist die beste? Wie kann ich Kryptos kaufen? Und zu guter Letzt, welche Krypto soll ich kaufen? Viele Fragen, die es einem eher schweren beim Anfang. Oder gar sogar davon abhalten, generell anzufangen. Schließlich möchte man es richtig machen. Für Anfänger ist dieses Thema ziemlich kompliziert. Deshalb möchte ich euch heute einen relativ einfachen und funktionellen Dienst vorstellen, der es jedem ermöglicht, mit ein paar Klicks ein vollwertiger Kryptoinvestor zu werden. Man kann es werden. Und dieser Dienst heißt Globians. Hier handelt es sich um eine Kryptobank, das heißt eine multifunktionale Plattform, die den Zugang zu einer Vielzahl von Werkzeugen, Tools im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten, Kryptos hier in diesem Fall, auf einmal in einer einzigen einfachen Schnittstelle ermöglicht. Darüber hinaus ist Globians auch ein globales Unternehmen. Es wurde 2018 gegründet und hat inzwischen offizielle Vertretungen in Dutzenden von Ländern auf der ganzen Welt, sowie ein internationales Team von mehr als 100 Mitarbeitern. Aber sagen wir, das ist nur ein Hintergrund. Globians ist mehr an der Funktionalität des Globians-Projekts interessiert. Globians wird als Web-Version präsentiert, hat aber auch eine eigene mobile Anwendung. Globians-Nutzer können in die beliebtesten Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Stablecoins usw. investieren. Und da Globians eine vollwertige Kryptobank ist, können sie ihr Guthaben hier nicht nur durch direkte Überweisung von anderen Kryptowallets oder Börsen auffüllen, sondern es besteht auch die Möglichkeit, digitale Vermögenswerte mit einer Bankkarte für Fiat-Geld zu kaufen. Dazu kommt auch noch, dass bei Globians auch eine Fiat-Mehrwährungskontoeröffnung möglich ist, auf dem ihr bequem mehrere Währungen auf einmal speichern und Transaktionen damit durchführen könnt. Für besonders große Käufe bietet Globians die Möglichkeit, persönliche OTC-Transaktionen zu tätigen, Was bei Globians natürlich auch möglich ist, dass man hier Vermögenswerte untereinander tauschen kann. Zum einen verfügt Globians über eine eigene einzigartige dezentrale Exchange, Globians Decentralized Exchange, die den Austausch von Token aus der XDC-Blockchain ermöglicht. Genau ihr habt richtig gehört, XDC. Und zweitens hat Globians auch eine vollwertige, zentralisierte Globians Exchange. Hier wird eine große Anzahl an Kryptoassets angeboten. Unter anderem Papa Bitcoin, Ethereum, XDC und auch den Globians eigenen Stablecoin. Auch kann man hier mit Fiat-Euro handeln. Da Globians auch über ein eigenes Launchpad verfügt, erscheinen regelmäßig junge, vielversprechende Tokens an der Exchange. Für den direkten Handel verfügt Globians Exchange über ein vollwertiges Handelsterminal mit Chart, Orderbuch, der Möglichkeit Limit-Orders zu platzieren und so weiter. Ihr kennt das ganze Prozedere, ist für euch auch wahrscheinlich nichts Neues. Zumindest für diejenigen, die hier auf dem Kanal sind und sich mit Kryptos schon mal befasst haben. Es gibt aber auch eine vereinfachte Version von Quickswap, die es euch vereinfacht, eine Kryptowährung ohne große Probleme gegen eine andere umzutauschen. Ein weiteres Merkmal von Globians sind die bequemen Dienste für Kryptozahlungen. Die Globians Mobilanwendung ermöglicht es euch, Kryptozahlungen über ein Terminal oder QR-Code zu tätigen und zu empfangen. Das heißt, man könnte Globians sogar als Unternehmer im eigenen Unternehmen nutzen, um Zahlungen von Kunden in Kryptowährungen und Fiat hin und her zu schicken. Natürlich und auch nicht zu vergessen, hat Globians natürlich seinen eigenen Token. Er heißt GBEX oder GBEX. Dieser Token wird auf die XDC Network Blockchain geprägt. Hier nochmal kurz in den Raum gerufen. XDC ist auch ein schönes und interessantes Projekt. Jetzt aber weiter mit dem GBEX Token. Der Token ist sehr funktional. Mit ihm kann man passives Einkommen erhalten, die HODLerstufe erhöhen, dazu kommen wir gleich, und ihn für verschiedene Operations innerhalb von Globians Produkten und sogar in Projekten Dritter wie Play2earn des Metaverse Universum verwenden. Wie gerade eben schon gesagt, könnt ihr auf Globians die GBEX Tokens einsetzen, um ein passives Einkommen zu erhalten. Von 4 bis 10% sind pro Jahr möglich, je nach dem Zeitraum, für den ihr eure Tokens blockiert. Die maximale Rendite von 10% pro Jahr kann für die Blockierung bzw. für das Sperren von GBEX Token für 365 Tage erhalten werden. Also bekommst du hier auf deine gehaltenen Tokens deftige Staking Rewards. Abgesehen davon wird GBEX in Zukunft auch an mehreren großen Kryptobörsen gehandelt. Zusätzlich zu Globians selbstverständlich selbst. Und hier kommen wir auch zu den Tokenomics. Es gab insgesamt 500 Trillionen Tokens. Ja, es ist eine große Menge, aber diese werden bei jeder Transaktion geburnt. Stand Mai 2022 wurden bereits 121 Trillionen Coins schon geburnt und es bleiben derzeitig 379 Trillionen Tokens übrig. Hiermit ist GBEX Token deflationär und bringt automatisch unter bestimmten Voraussetzungen einen Preisanstieg mit sich. Auf jeden Fall sind die Tokens wie folgt aufgeteilt. 20% für den Pre-Sale, 13% für Initiatives, was Anreize bedeutet, wenn man es wortwörtlich übersetzen würde. Ob hier Staking Rewards gemeint sind, werde ich in Erfahrung bringen. Das Team erhält auch 13% und 30% werden in der zweiten Verkaufsrunde vertickt. Die restlichen 24% werden für Burn Events aufbewahrt. Was das Investitionspotenzial von GBEX betrifft, so haben die Token derzeit eine sehr geringe Kapitalisierung in der Größenordnung von 20 Millionen Dollar, was nicht viel ist. Bei Globians ist es mittlerweile auch das Staking für andere Coins möglich, zum Beispiel kannst du hier XDC staken. Darüber hinaus will ich hier noch erwähnen, dass der GBEX Token interoperabel mit ISO 20022 Nachrichtenstandards ist. Und da dies alles auf der XDC Blockchain abläuft, sind die Transaktionen schnell und günstig. Und am Ende dieses Videos möchte ich sagen, dass Globians auch ein Empfehlungsprogramm hat. Es gibt insgesamt drei Stufen. Du kannst GBEX Token verdienen, indem du Freunde auf die Plattform einlädst. Je mehr Freunde du hast, desto mehr kannst du verdienen unter der Voraussetzung, sie melden sich an. Und desto mehr Freunde du eingeladen hast, desto höher ist dein Rang. Logisch, oder? Falls das Projekt euer Interesse geweckt hat, dann macht eure eigenen Recherchen. Mein Empfehlungslink zu Globians seht ihr in der Beschreibung. Freunde, ich sag's immer wieder, do your own research. Das müsst ihr bei jedem Projekt machen. Schaut es euch gerne an, wenn es euch interessiert. Die Roadmap seht ihr im White Paper, One Pager. Und auch das Team, falls es euch interessiert, wer dahinter steckt. In diesem Fall ist der CEO Oliver Marco La Rosa. So Freunde, das war mein Video für heute. Vergiss nicht das Video zu liken, meinen Kanal zu abonnieren, der Glocke eine Schelle zu verpassen, damit ihr immer up to date bleibt und immer informiert wird, wenn ich ein Video raushaue. Gerne könnt ihr mir auch auf Insta folgen, sowie der Telegram-Gruppe beitreten. Beide Links sind in der Beschreibung, ihr kennt es ja. Ist ja nichts Neues. So Freunde, jetzt ist aber Feierabend. Hasta la vista, compadres und amigas. Ciao.